Noch nicht vorstellbar Schnitzel 100% Scheibling Hulk-Oscar Eishockeyspieler und wenn es kein Sport ist vielleicht Pilot Lebenswert Fällt mir kein Konkreter mehr ein, vom Fußballer vom Leben her Havi Spector Da hat alles angefangen und bin immer verbunden Hin und wieder Hangover und der Wolf auf Allstreet Bester Freund in meiner Scheiblingzeit und Schulzeit Kindergartenzeit und sehr orientierter Fußballer Pepe Baumgartner Legende Wir machen wieder Wie denn Wohne Wir werden Wir werden